In uns allen ist ja der tiefe Wunsch, frei zu sein. Und wenn man das mal genauer beleuchtet, dann kann man das runterbrechen auf dieses, man möchte sich frei fühlen. Und wann fühlen wir uns nicht frei? Wenn wir im Ego sind. Und mit Ego meine ich einfach nur einen Schutzmechanismus, der in uns aktiv ist. Eigentlich gibt es nur zwei Zustände des Egos, brauchen und gebraucht werden. Und wenn du in einem dieser beiden Zustände bist, bist du nicht frei, weil dann brauchst du ja was. Und ist völlig egal, ob es Kontrolle ist, die du brauchst oder Bestätigung, was auch immer. Also da kannst du tatsächlich alles einsetzen. Im Sein, wenn du wirklich im Sein bist, brauchst du nichts. Weil du alles in dir hast, in jedem Moment. Du bist versorgt. Autark. Was nicht heißt, dass du natürlich dich im Außen um deine Bedürfnisse kümmerst, völlig klar. Aber du weißt, was ich meine. Das Sein, das ich bin, ist bereits vollständig und braucht nichts. Und wenn das die Basis ist, kann daraus ein ganz freies und neues Geben entstehen. Und ein neues Brauchen, was aber nicht festhält und dich verklebt. Das macht dann Spaß und fühlt sich frei an. Alles Liebe. Das ist ein neues Brauchen, das ist ein neues Brauchen, das ist ein neues Brauchen. Das ist ein neues Brauchen, das ist ein neues Brauchen, das ist ein neues Brauchen.